Und dieses Mal geht's nach Berlin. So, also wir begrüßen euch jetzt hier in Berlin. Ihr seht jetzt hier gerade die Einfahrt. Ja, okay, ein bisschen vorher vom Bahnhof und Jan ist ich auch dabei. Und, ja, also nochmal so kleine Info, es wird nicht so wie letztes Mal sein, sondern es wird eher so eine Diashow sein. Denn wir haben viel mehr Fotos wie eigentlich Videos, aber wir werden das hinterlegen mit Stimme. Mit Stimme, ha! Gut, und wir werden zu den Bildern etwas sagen, aber das zählt dann nicht klar. Ja, also, als erstes haben wir die Hinterhöfe von Berlin angeschaut und, ja, sind dann zu einem Hinterhof gekommen, der noch so original erhalten ist, wie in der DDR, das seht ihr jetzt hier. Und das noch ganz vorne drauf. Und dann geht's da noch weiter so in einen kleineren Hinterhof und die Wände sind wirklich sehr, sehr schön gemalt, muss man wirklich sagen. Sieht man hier wirklich richtig geile Bilder. Das hat man eigentlich wirklich nicht gedacht. Hier sind wir es nochmal. Also, die ganze Wand, ich bin mal, richtig krass. Und, ja, wie man sieht, die Briefkästen natürlich auch. Echt kalt hier. Richtig kalt. Richtig kalt, Alter. Kannst du mal das Eis filmen. Eis filmen. Hier. Richtig kalt. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020